Herzlich Willkommen bei Dwayne, ja, bei mir natürlich und mit meinem neuen Projekt Slipping Dogs, ja, von Square Enix ist das, glaube ich, und ich nehme nicht mit D-Story auf, ich nehme mit Fraps auf und Outer City, weil mein D-Story will irgendwie nicht gehen und jetzt versuche ich das irgendwie so mit meinem, ja, mit, ja, mit Outer City zu machen. Und so, mal gucken, ich hoffe, dass ich die Synchron bekomme, aber wir fangen hier mal ein neues Spiel an, ich habe mal ein bisschen geguckt, ob das so passt und so, ja, und es passt halt alles und ja, wir legen mal los. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es freut euch, dass ich wieder ein neues Let's Play anfange. He ist only, drop, relax, old boy, we're on the same side, remember? Ja, du hast die Geld? Ja, du hast die Geld? Ich kann dir 3-4 Kuss pro Woche holen. Was? Ist mein Schein nicht gut genug für dich? Hey! Du hast nichts zu tun, oder? Nein, du hast nichts zu tun! Komm, komm, mein Freund! Bist du verrückt? Nein, komm! Vielleicht können wir etwas auszutauschen, oder? Du hast mich nicht gesehen, oder? Du hast mich nicht gesehen, oder? Aua! Geht hier mal los, wa? So richtig, gleich mal Hand ab oder sowas. Fuckin' hell! Don't do it man, don't do it! Don't do it, man, don't do it! Don't do it, man, don't do it! Hey, we're done! Oh, in the air! Let's go, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Aua! 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 So! Mal eine kleine Laufeinlage hier und so. Und wie gesagt, ich spiel das jetzt schon mit meiner neuen Hardware. Und versuch halt mein Glück. Also, das Ding hat jetzt richtig viel Arschleistung. Yeah! Also, ich hab das Spiel schon mal gespielt. Bestimmte Zeit und sowas, aber es macht halt keinen Spaß, wenn es nur noch ruckelt. Und deswegen, ja, spiel ich das und mach ne Let's Play draus. Hüpf! Hüpf! Yeah! Das, das nennt man Action, ja. Und dann hab ich dazu auch noch das HD Pack installiert. Dass die Texturen etwas HD haben. Ja, ihr seid so erledigt, oh mein Gott. Oh, shit! Oh, shit! Wir sind schon im Tor! Wir sind schon im Tor! Wir sind schon im Tor! Wir müssen dich abwarten! Komm, wir können uns etwas ausarbeiten, richtig? Wir können dich abwarten! Wir müssen das in die Brombe, und dann bitte weiter! Alles klar! Wir müssen dich jetzt nicht unbedingt sagen, sondern ich würde dich selber sagen. Aber wenn du dich sagst, dann kann ich nicht nur mit dem Bildschirm sein. Und dann wird er als Klang aufwarten. Ihr明白? Ja, da sitzt er ja gut erst mal im Knast. Wurde eigentlich schon mal sein Namen gesagt. Also wenn ja, dann habe ich es vergessen. Ja, ich weiß es nicht mehr. Alles klar, Mann. Ask jemand. Jackie Ma? Still looks good. Jackie Ma? Still the same old. But good to see you. So what the fuck? They finally deport your ass from the United States? That was mutual. Time I came home anyway. Yeah. Lock up. Home sweet. So what they get you on? Nothing that'll stick. Ha. Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you're from old prosperity, happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Red Pole in The Sun On Yee. I've got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Red Pole in The Sun On Yee. Shit, Doll Guys always said he'd be running that neighborhood. Oh, Doll Guys is a Red Pole too. And still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but... Now... Hey, wasn't Doll Guys hanging with your sister? Yeah, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Doll Guys with a pen? You totally saved my ass that day. Oh man, I gotta tell Winston that story. You'll fucking love it! Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Jackie Ma! Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston never need help with any of that shit you got going on with him. Of course man. Look me up when you get out. It'll just be like old times. Auf jeden Fall. Also er ist von den Staaten wieder nach Hongkong. Ja. Und jetzt sitzt er erstmal fett im Knast. It seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. Psst. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I have done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun on Yi is the most powerful gang- Look, Raymond. Your name is Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles. The lieutenants like Winston. All of them. And most of all, the Dragon Head. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him hadn't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Owen, Wei. Hey. Good luck out there. Werde ich brauchen, dat Glück. Ah, ja, ja, ich weiß. Jetzt kam voll die Störung grad eben, weil ich gegen das Headset geknallt bin. Respectfully, sir. Are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes. And an astonishing number of convictions. He obviously blames the Triads for what happened to his family. No. He could turn into a vendetta. Raymond. Wei Shen is perfect for this job. Wei Shen. Also, wir heißen Wei Shen, ja? Jetzt hab ich aufgepasst. Wir heißen Wei Shen. Und, äh, sind verdeckter Undercover Gangster-Cop. Richtig? Wei Shen? Richtig. Man, this is gonna be great. Yeah, thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know, I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? I think they're getting it next year. I guess you were in prison or something. Come on, let's get out of here. Lol, wie, wie kann America noch kein Internet haben? Still getting used to being back, huh? Yeah. Mal ehrlich. So Winston's a Redpoll now? All this territory is Winston's. But DawgEyes is pushing in. If they're both Redpolls, shouldn't they be on the same side? Should be. DawgEyes always was an asshole. Turns out, he's a greedy asshole too. Ah, gieriges Arschloch, ja. When we get to Winston's, let me do the introductions. They're really distrustful of new faces right now. So why all the paranoia? Son on Yi had a rat. From what I hear, they didn't let them have a quick death. They made it real slow and painful. Ja, ja, die haben sich viel Zeit gelassen. Und, na ja, ich bin zufrieden mit meiner Hardware, muss ich sagen. Hey, Jumei, how are you, baby? Jackie, you know my parents will need to talk to you. Your parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. Leave him alone! How are you doing? That's okay. I'm gonna call the cops. Stop it! Get off, I don't care who you are. Let go, Jackie! I'm gonna fuck you up! Stop it! Get off, I don't care who you are. Jetzt geht's los hier. So, komm. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt hab ich schon wieder zu viel geschlagen hier. Und? Jetzt. Jetzt. So. Bam! Komm schon! Ja, los! Geh down! Komm schon! Oh, prögel dich noch ein bisschen. Die können ja gar nichts, ey. Also meine Hardware steht eigentlich schon im Info-Video drin. Also in der Info-Box. Da könnt ihr mal ruhig nachschauen. Na los, kommt schon. Wai Shen macht euch kalt. So. Ach so, hier. Komm. Komm. So. Ab auf den Tisch mit dir. Bam! Willst du auch noch mal Kopfschmerzen haben? Komm her, los! Komm her! Bäm! Du machst Stress, Junge! Alter, du rennst mit mir gegen die Wand, Digga! Yeah! Bam! Schön! Oh mein Gott! Fett in die Ecke geklatscht. Also das ist... Der kann jetzt erstmal Staub sammeln gehen. Der braucht ne Ibuprofen. Komm schon! Ich will dir ne Paracetamol-Fahrer abreißen! Bam! Und was machst du? So. Haben sie jetzt alle Kopfschmerzen? Der liegt ja immer noch! Komm, hier. Geh durch! Endlich! Jetzt muss er Kopfschmerzen haben. Und? Was ist mit... Siehst du Stress, Junge? Dann hier, bitteschön. Bam! Das hat schön geknackst, Mann. Gewalt kann auch manchmal ne Lösung sein, ja. Du bist okay? Ja, ich bin okay. Bunch of fucking assholes! So, alles cool? Well, you're welcome anyway. Come on, Jackie. Let's go see Winston. Ja, ich bin... Ich bin... Ich bin... Komm! Ich bin... Vielen Dank.